Schwerter Sang Helios Alles klar Äh? Was? Ne Doch, als klar wird, dass der Master Chief in Gefahr schwebt, wird aus Oresiris Mission, den Chief unter Arrest zu stellen, eine Rettungsaktion Alles klar, los geht's Ah, ich bin so aufgeregt, ne? Aber ich bin natürlich auch wieder müde, wie immer So, eine Mission spiele ich jetzt und danach ist erstmal wieder ein bisschen Ruhe Weil dann muss ich erstmal wieder Destiny spielen Durch die Siege des Gebieters und Julem Damas Tod wurde die Allianz immer verzweifelter Sie haben einen Angriff auf die Ländereien der Wadam gestartet und es besonders auf den Gebieter abgesehen Und wo ist der Gebieter? Sie werden den Gebieter in den Räumen des Konzils der Ältesten finden Sieg für Clan und Sippe, Spartans Marquis Ende Ich bin beeindruckt, der Gebieter hat Weibchen in seinen Rängen Auf Sang Helios ist Krieg traditionell Männchensache So, dann gehen wir mal los hier, ne? Controller vibriert, ist schon mal schlecht Aber die Grafik ist mal richtig geil Gefällt mir richtig Martin schon mal vorstellt Wir sehen diese Position ein Was sind das für Gebäude? Sonnayan, da ist der Wichter zu finden Wir brauchen Unterstützung, wenn wir in die Nähe wollen Wir brauchen die Schwerter von Sang Helios Und das heißt, wir brauchen den Gebieter Dann muss ich wohl nicht hin, aber ich gehe trotzdem mal rein Ey, kann ich nicht rein? Oh Oh, da geht's weiter Gut Sieht da schön aus Ach ja Komm mal her Lassen wir die Waffen sprechen Los Macht ihn mal oben kaputt da Zieht auf den Elite Sobald dieser Grundgeschichte ist Alles klar Ja, Menschen hier Wir haben es fast geschafft Bleibt in Bewegung Ah, hier Was ist das? Was? Ah, hab schon wieder kein Muni? Alter Immer das gleiche So, jetzt bin ich erst mal gegangen hier oben Oh Pass auf das Geschütz auf Frankieren vielleicht Frankieren wir ganz gut Lauf da vorne hin Oh, oh, oh Oh, der Schütz hat geschossen Ist gut Ah, war ja klar So passiert War ein bisschen langsam gerade mit dem Mit dem Schütz Mann Was? Oh, jetzt ist da nur einer Ich bin für meinen Geschmack Wir sind oft drauf Aber Ist halt so Wer ist der Nächste Gesichert Smoothie Ah Wenn ich die Waffen nicht gerne haben würde Naja Da wurde ein Pfad in die Klippen geschlagen Auf mein Zeichen Da sind welche Schwerter von Singhelios Die Allianz muss sie überrascht haben Was war das? Ein Grabgebet der Singhili Krieger bei Geburt Krieger im Tod Warte So Aufmunitionieren hier Weiter geht's Der Gebieter ist ein Verbündeter So wie ich das sehe Sind diese Toten unsere Brüder Sehe ich genauso Zeit für Vergeltung Die Brüder erweitert sich Scharfschützen Der kann da vorn Bleibt in Deckung Bis wir nah genug rangekommen sind Ah Gut Funktioniert schon mal nicht Sehr schön Upsi Arsch Was wird das denn jetzt? Ah toll Das war lustig ey Jetzt für meine Nase ey Und ich kriege Granate Ab dem Scholl Wo ist der Sniper? Ich glaube nicht Wo ist? Systemausfall Meine Panzerung blockiert Du gehst da auch drauf Was ist da los? Zwar noch so billig einhalten Äh Schon wieder rein Oh Was ist da gerade? Ach da rannt ein ganzer Einheimlich gegen bei mir Die Elite rannt die ganze Zeit rum Oh Halt schon gehauen Du bist wieder im Rennen Woanders lang Vorwärts Osiris Die Rampe zur rechten Nerven ja Schönen hier doch Zieh mir echt ganz schön schnell mal Energie ab hier Die Rampe zur rechten 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 aufteilen ja viel zu schnell energie was soll denn ist echt jetzt Unterstützung Oh Mann Was machen die anderen denn da hinten? Ich reg mich gerade auf So noch von vorne... Oh Mann Das zieht mir echt viel zu viel ab Das geht überhaupt nicht Das ist nur auf normal gestellt ey Wir haben nerven gerade Oh Mann Ah, ich hab die Waffe aufgenommen ohne Muni Hab ihn getroffen Feuer fokussieren Ah Eigentlich das Feuer bewusst dass man hier reingehen kann Darauf geachtet Oh Der Sniper Was? Der Headshot Mann Der Kiki hat seine Anzeiten von Intimitenten Sie bluten Was? Der Headshot Mann Schmierer Oh Schmierer keine Muni mehr Mann das hätten sie anders machen müssen in dem Spiel hier Das ist echt scheiße mit der Muni weg Und man kanns nichts machen ey Viel zu schnell ist die Muni alle Das hier ist meine Lady Kacke Bin oben auf dem Kamm, hier ist ein Ausgang Boah Ja das ist der Weg den ihr sucht Bleibt ihn bewegen Wo ist denn der Wacker mit dem grünen Scheiß Der Besucher oder was sein soll Geil Einfach weiter Geil Die Allianz Latonal hätten sie den Gebieter bereits besiegt Wenn wir den Gebieter verlieren Wird es schwierig den Wächter in Zunahien zu erreichen Direkter Treffer aus Komm her Sandy Geil 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 Jetzt kommt einmal wieder her Vorrück Ich mach das schon Locke Vorwärts Bestätigt Ich bin dabei Diese Senghelie Ruinen sind älter als die Allianz Sie waren schon antik als die Menschheit Die Wirklichkeit Alis kommangeflogen Wir nehmt euch normal Vielleicht bemerken sie uns nicht Wir Alis glauben wirklich dass sie gewinnen können Wenn sie den Gebieter töten, stimmt das vielleicht sogar. Wie ist alles vibriert? Leute, alles vibriert. Wie ist die wohin? Das Gebäude kriegt schwer was ab. Die Räume des Konzils der Ältesten. Laut Marquis ist der Gebieter dort. Die Räume des Konzils der Ältesten. Während das Gebieter, auch schon kurz, kurz. Nach ein Zurück der Säden werden. Ich habe das Gebieter. Ich habe das Gebieter zum Beispiel gefangen. Ah, das ist ja nicht. Aber ich habe das Gebieter, ich komme jetzt zu ihnen verstand sichert eine landezone wie den chef meister wo jäger ist Boah, den wird hier erwischt. Uh. Oh oh. Oh hellere Waffen. Waffen bringen grad nichts. Ich speich die ganze Granaten an den Weg. Warte auf ihr Signal. Sind dabei, Maki. Boah. Oh. 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 Schaltet den Jäger aus. Ihr habt Bankverloren. Zieht euch zurück. Werfe eine Granate. Werfe eine Granate. Jäger ausgeschaltet. Gesichert. Nähere mich Ihrer Position. Feuer einstellen. Aufs Feuer achten. Verbündet auf dem Weg. Ihr Commander Parma sagte, Sie könnten hiermit was anfangen. Das war ja mal eine nette Idee. Verstärkungen der Allianz bewegen sich in Richtung des Konzils der Ältesten. Die Zeit läuft ab, Spartans. Wir sichern einen Weg zum Gebiet. Halten Sie sich für die Extraktion bereit. Ich warte auf Ihr Signal. Ah cool. Aufsetzt, Osiris. Geil. Allis, verrausend. Weine. Oh. 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 Der hohe Blendungsschiff! Beseitigt alle Feinde in der Umgebung. Höh, sie gehen ab. Das war's! Öffne die Tür! Die Räume des Konzils sind auf der anderen Seite des Hofes! Die Räume des Konzils sind auf der anderen Seite des Hofes! Schnell, wir haben den Kontakt zu den Toten des Gebieters im Inneren verloren! Holen wir den Gebieter da raus! Händliche Räume! Bereit zum Angriff! Alle! Schießt, war auch das Ding da! Oh oh! Die Räume des Konzils sind auf der anderen Seite des Hofes und die Räume des Hofes! 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 Jetzt nähern sich von rechts. Ja ist, 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 ist. Uff. Dino... Ale man hat sich die Meldung. Ega. Uff. Das ist ein komischer Panzer hier. Ich sage Bescheid, wenn wir bereit für die Extraktion sind. Hala. Uh. Och, nö. Hä? Da kam wo was von links. Das Ganze nochmal. Ja, ja, ja. Schön, schön, bis es nochmal spielen darf. Oh ja, schön. Och, Mann, auch. Jetzt soll man vielleicht weiter zurückbleiben. Ey, der Damage ist ganz schön krass, also. Nicht gedacht, dass ich nicht draufgehe. Das heißt aber, dass dadurch mehr Spielzeit ist. Yay. Ah, hier ist der Jäger. Das war dann auch weg hier. Ich schieße doch hier so grüne Zeug hier, der macht halt schon Damage hier da vorne da. Das macht auch Damage, was soll das? Hä? Das ist der Schiffchen da einfach runter. Okay. Ich schieße ja. Okay. Ich schieße doch hier drauf. Wer ist immer davon? Die Gegner sind ganz schön stark, die Gegner muss man echt später da hinten bleiben, sehe ich gerade, sonst sind die hinten vorne nicht. Spieler Damage kriegt ordentlich. Alter, wer schießt hier auf mich? Wo ist der? Ich springe echt gut hin und her, das ersperrt mir schon alles hier. Ich springe schon an Brennen hier. So. Ein Türner haben, zurück, zurück, zurück. Halt noch was aus da. Scheiße, mehr Kapsel! Boah, das war echt nicht gut. Mal schon in Bewegung bleiben, so wie das. Ja, 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 gehe schon. Verstanden, bin unterwegs. Kaidon! Zoru! Kaisuta! Der ist nicht hier! Die Treppe hoch! Ja, die Treppe hoch! Die Treppe hoch! Ja cool, das ist doch ganz nett hier, aber wie gesagt, Munition ist immer zu wenig und Damage sehr hoch, muss man aufpassen, aber sonst fahren wir das doch wieder geil. Yay, Erfolg freigeschaltet, Mission 8 aufgeschlossen. Spartan Jameson Locke, UNSC, Captain Lasky lässt grüßen und bedankt sich für die Kooperation. MND, vom Schatten ins Licht. Spione kündigen sich nun also an, Agent Locke. Ich bin jetzt dein Spartan. Ich weiß, wer sie sind. Als Agent meldeten sie sich freiwillig, um mich zu töten. Und heute habe ich ihn das Leben gerettet. Und nun hier haben sie einen anderen Spartan, den größten ihres Klaus. Lass den jagen. Er wird uns nicht finden. Es ist Cortana. Sie hat auf jedes Gerät im Netzwerk zugegriffen. Sie weiß, dass der Wächter hier ist. Lock, das ist unsere letzte Chance. Sie haben die Feuerkraft, uns da reinzubringen. Sumarion ist die letzte Festung der Allianz auf Senghelios. Wir schlagen erst zu, wenn der Sieg uns sicher ist. Doktor, Osiris wird in Kürze starten. Halten Sie sich bereit. Okay, wird ja immer interessanter. Ein flüstern im Sturm. Wir sind hier zu Gast. Locke, ich habe ein Briefing vorbereitet. Angesichts von Cortanas Machtdemonstration will ich es nicht über offene Kanäle besprechen. Verstanden, Doktor. Sind unterwegs. Ja, sind unterwegs. Das machen wir in der nächsten Folge. Jetzt mache ich jetzt mal wieder eine Runde Destiny. Aber wie gesagt, Halo ist ganz geil eigentlich. Einige Sachen sind natürlich ein bisschen nervig. Zu wenig Muni. Darf nicht zu weit nach vorne gehen, sonst geht man immer drauf. Aber sonst, Grafik und so, Storytelling ist echt schwein. Macht Spaß. Danke fürs Zuschauen.